Was versteckst du, bevor Besuch kommt? Sack, hau raus! Das ist so ein Gerät. Ach! Entschuldigung! Ich hab mal einen Livestream gemacht! Oh shit! Warte mal! Es ist nicht das, was ich jetzt denke! Doch! Wirklich? Es hat so ein kleines Loch. Und, und, weißt du es? Wieder bei den Teletubbies, der Staubsauger. Der hat auch so gleich... Okay!